so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und ich habe heute wieder was besonderes vorbereitet oder auch nicht wie man sieht ich habe nämlich zwei dicke fette große schwarze balken hier am start eigentlich könnte ich mal mein komisches fenster hier nehmen und noch ein stück größer machen so sieht das gut aus wunderbar obwohl ob es gut aussieht müsst ihr entscheiden heute ist nämlich der merrill kampftag und den habe ich ja letztens schon mitgespielt habe da auch ein paar shinies bekommen habe auch davor schon ein schein ist gehabt jetzt hat mich pupsi gefragt ob ich nicht vielleicht bei ihrem account mal mitspielen könnte weil sie kann das nicht sie hat noch nie gekämpft großartig in der go battle league wenn ihr auf kämpfe geht seht ihr die hat hier acht siege bei 15 kämpfen längste serie 5 sie ist auch jetzt rang 1 ach so das ist das gesamte gewesen also im letzten war sie rang 3 jetzt müsste sie gerade rang 1 sein jetzt habe ich gesagt okay ich kümmere mich weil ich brauche den merrill kampftag eigentlich nicht aber wenn er schon wiederholt wird kann ich das mal machen muss ihr aber erst mal ein team zusammenstellen und da weiß ich auch nicht welches ich nehme welches wir machen wir gucken aber mal hier rein zu mariel ist ja ganz gut das könnte man nehmen da können wir noch was hinzufügen wir nehmen hier noch mal eine neue attacke drauf ich gebe einfach mal ein bisschen sternstab und ein paar bonbons bei ihr aus vielleicht können wir auch noch was pushen 14 4 74 86 auf 14 97 das sieht doch gut aus da geben auch noch mal ein power up dieses komische bildschirmübertragungsprogramm ist halt richtig mist deswegen hängt das ein bisschen so was brauchen wir denn hier knuddler eis strahl blubber knuddler eis strahl jetzt habe ich mich wieder nicht vorbereitet ich glaube ich brauche auf jeden fall aqua knarre deswegen machen wir mal eins hier weg knuddler machen wir weg ich glaube eis strahl und ach genau blubber hydropumpe eis strahl das nehmen die meisten auf jeden fall 14 97 wir nennen den jetzt auch einfach mal pvp bei ihr kann ich nämlich keine meisterliga spielen weil die hat bei den legendären so gut wie keine bonbons und nichts ich müsste also auf die superliga gehen und versuche mir jetzt drei pokémon für die superliga zu basteln dann haben wir noch ein jetzt wird es ganz speziell ein wablu können wir noch nehmen wenn wir das hier nehmen hat es aber schon über 1500 wir müssten also das kleine hier nehmen wir müssten das kleine entwickeln aber wir brauchen bei dem kleinen auch eine neue attacke ich füge die jetzt mal hinzu obwohl das bei dem glaube ich keinen unterschied macht trotzdem einfach mal attacke hinzu dann wird das entwickelt da hat sie auch gleich noch neun pokedex eintrag dann versuche ich bei ihr mal den grünen pass einzuwerfen um die ersten fünf kämpfe zu gewinnen dass wir vielleicht fünf mal merrill bekommen obwohl gerade in der superliga benutzt eigentlich fast auch jeder das selber so kann sein dass ich auch alle fünf verliere ich werde auf jeden fall ein bisschen bei ihr zocken und schauen dass da was geht jetzt sind wir bei 11 das ist ja schrecklich wie hoch geht denn das 16 14 95 gut pupsi es tut mir leid ich gebe einfach noch ein bisschen was aus 14 95 sieht gut aus feuerodem drachenpuls zauberschein ich glaube wir brauchen noch himmelsfeger bin ich mir aber gerade nicht sicher ich gebe ja auch mal pvp ein ich hätte das auch vorher in ruhe machen können aber ich dachte ich mache das für das video und wir haben noch deoxys verteidigungsform was auf jeden fall auch immer genommen wird auf jeden fall auch sehr gut wäre wie hoch würde das kommen das ist hier bei dem natürlich richtig brutal weil wir müssten das eigentlich pushen aber wir brauchen auch eine neue attacke eigentlich zusätzlich machen sie mal anders wir machen erstmal hier die 100 voll geben erstmal eine neue attacke drauf so pupsi da freust du dich bestimmt dass dein ganzer dass dein ganzer sternstaub weg ist 12 75 jetzt weiß ich natürlich nicht wie viel ich brauche um da power ups zu geben also ich tue mal die 38 die hier sind noch drauf schmeißen 37 38 wir gehen mal auf power ups gucken mal wie viel das hier immer dazu bekommt oh verdammt wir hätten nur 19 gebraucht aber wir kommen auf 14 98 das machen wir auf jeden fall auch noch sind bei 14 98 von 1500 das sieht gut aus was haben wir hier konder steinhagel donnerblitz ich glaube das passt das sind die guten sachen ich gucke nur noch mal ganz kurz in ditschen ist in facebook online ja der sitzt hier der kam gerade ditschen sag mal hallo so gut jetzt habt ihr gehört der ditschen der lebt auf jeden fall noch hätte man nach gestern ja nicht gedacht ich habe mir hier irgendwo was eingespeichert da gucke ich mal kurz ähm mhm 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 altaria feuerodem drachenpuls himmelsfeger ich vergleiche mal mit den äh drei dingern die ich jetzt hier drin hab das habe ich jetzt nicht umbenannt oder deo bruder deoxys wo bist du das muss ich doch auch noch pvp benennen damit sie weiß dass sie das immer mit rein nimmt pvp so die oxys jetzt muss ich hier nur pvp eingeben dann müssten eigentlich alle drei auftauchen so feuerodem drachenpuls zauberschein wir brauchen feuerodem drachenpuls himmelsfeger eigentlich finde ich zauberschein cool weil das gegen drachen ist aber wir haben ja keine drachen also machen wir das auch weg zauberschein machen wir himmelsfeger drauf und gucken wie weit wir damit kommen ähm beim azumaril blubber hydropumpe eisstrahl das müsste auf jeden fall passen blubber hydropumpe eisstrahl und beim deoxys wo steht es dabei donnerblitz steinhagel conda ist das donnerblitz ja donnerblitz steinhagel conda die drei passen auf jeden fall jetzt jetzt werden wir direkt mal hier in die äh battles reingehen geben einen pass aus hey bruder wo ist hier wieso kann ich nicht ich wollte doch hä ich kann nur hier auf kämpfen drücken basisbelohnung wieso das denn ich wollte doch spezialbelohnungen haben vor allem eins drei siege fünf siege war das letztens nicht so dass man bei eins drei und fünf ein pokemon bekommen hat beziehungsweise garantiert merrill bekommen hat und wenn man halt die premium belohnung gemacht hat dass man halt fünf mal das bekommen hat jetzt weiß ich nicht was hier ist vielleicht geht das erst ab ab rang zwei oder so keine ahnung weil sie ist ja jetzt rang eins und hat hier noch nichts gemacht ich könnte nochmal neu starten aber brauche ich eigentlich nicht theoretisch müsste das ja den ganzen tag gehen dann müssen wir halt einfach hier aufs normale gehen team hätten wir uns auch einspeichern können jetzt muss ich jedes mal hier pvp drücken pvp nehmen so 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 gucken mal was passiert gucken wer da fehler bei der spielersuche ok das ist auf jeden fall richtig genial dann machen wir es nochmal aus machen es nochmal an und gucken nochmal ob das gleich funktioniert dann hat man diesmal keinen zopf auf dem kopf schon rutscht schon rutscht der ganze kopfhörer runter eigentlich wird er hier immer gehalten aber jetzt alles mist ihr seht schon wie lange das braucht um die app zu starten wenn ich jetzt über meine mobilen daten drin wäre würde das auf jeden fall schneller gehen ich muss aber im wlan sein dreckskabel deutschland weil nur über wlan sich die bildübertragungs app verbindet dass ich das auf dem pc drauf machen kann so ich gucke nochmal rein ob es jetzt anders aussieht ne sieht nicht anders aus kämpfen kämpfen bis du gewinnst super liga nochmal mal pvp und jetzt wird auf jeden fall ein gegner gesucht sind wir schon mal weiter als eben leider konnte ich trotzdem keine premium belohnung auswählen victo tuk kämpft auf jeden fall jetzt wir versuchen trotzdem mal das ganze fünfer set durchzuspielen und zu schauen was passiert der victo tuk kriegt eine auf seinen suck kampfbeginn boah es dauert halt einfach mal wieder drei jahre ich wusste erst nicht ob ich das wirklich mit der kamera film und dem bildschirm abscreene auf dem handy und dann zusammenschneide drüben im schlafzimmer mit licht und zeugs oder ob ich einfach hier auf dem pc die was ist das man pupsi jetzt habe ich dein ganzes zeug ausgegeben und was macht es nichts jetzt reicht es ich muss mir ich muss mir jetzt erstmal hier das dreckige team erstellen trainer kam verlassen das riecht mich nämlich auf so hier stelle ich dein team gar nicht auf kämpfen unten bei kämpfen bestimmt ach hier oben steht auch team ich bin so wenig hier drin super heißt das jetzt einfach obwohl es ist ja eh für die superliga da ist ja klar dass es so heißt pvp bla 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 die reihenfolge da ist wurscht jetzt sind sie hoffentlich gespeichert jetzt gehen wir also nochmal hier rüber gehen auf kämpfen auf superliga dieses team verwenden suchen einen spieler und sehen dass es wieder einen gefunden gefunden hat bugcatcher saika eins gegen eins also rang eins gegen rang eins mal gucken was passiert der hat donner da bin ich jetzt auf jeden fall mit äh wasser nicht gut dran mit eis nicht so gut dran keine ahnung ist irgendwie alles schlecht aber ich mache mehr schaden als er richtig einen plan was ich hier mache habe ich auch nicht aber ist ja egal ist rang eins da muss man einfach mit wilden gekloppen durchkommen so wir machen mal den hier um schilde rauszulocken oder so zu tun als würde man schaden machen weil wasser bringt nichts da ist er wieder gegen uns und wenn ich hier fliegendes äh gedöns reinhole dann ist er auch gegen uns ich hau also weiter drauf und hoffe dass ich den hier noch ach komm ne den schilde ich ich weiß ja nicht was er sonst noch hat und auf jeden fall müsste der gleich down sein vielleicht hätte ich den aber auch noch überlebt ich prügel mal weiter so guck was er hat als zweites vielleicht wechsel ich dann hier habe ich ja eine Attacke gespeichert man muss ja auch mal mit Strategie na vorbei aber Kampf gewonnen hey der erste hat aufgegeben ich bin der beste guckt euch das an keine ahnung so weiß ich nie ob ich irgendwas reißen kann oder nicht ach nein 5 von 5 Kämpfe ausgetragen jetzt verstehe ich das ich war noch in einem aktiven Set deswegen konnte ich nichts machen kriegt man trotzdem hier wenigstens einen Merrel ja da ist es doch das kleine süße Merrel guckt es euch an wie süß es ist nein es ist natürlich ein Metagross ach Pupsi was hast du da gemacht dann fangen wir halt erstmal das Metagross und dann können wir bestimmt einen grünen Pass einwerfen und dann können wir bestimmt 5 mal Merrel bekommen wenn wir 5 mal gewinnen boah daneben sehr schön wollen wir Zielwasser trinken hier es ist schon wieder raus ich darf nicht trinken wenn es raus ist sonst sieht es dass ich trinke so jetzt ist es drin schnell und hingestellt das kann ja wie gesagt nicht fliehen ihr könnt also natürlich immer schön gelbe Beere drauf vor allem war das jetzt das garantierte Metagross aus der Liga mit 14 14 13 das ist eigentlich nett sie benennt ja die Sachen immer nach mir Pandir Bub oder Bubidier oder sonst was und was macht man aus Metagross wenn man Pupsi sagen will man macht einfach Megapups draus das klingt auf jeden Fall süß Metapupsi ja Megapupsi klingt süß Megapups klingt pervers jetzt müsste es aber gehen wenn wir reingehen dass wir na gut erst noch Belohnung abholen zum Glück wir sind nicht aufgestiegen das heißt wir sind immer noch Rang 1 und haben leichte Gegner jetzt können wir einen Premium Pass einwerfen damit wir 5 mal Merrill bekommen können auf der Suche nach Shiny Merrill Superliga das beste Team der Welt ausgewählt und dann geht es auf jeden Fall los also wenn das hier so okay ist dass ich das hier blöd mit dem OBS Studio aufnehmen dann würde ich Sachen die ich eh von zu Hause aus machen kann wahrscheinlich in nächster Zeit immer so machen dann ist auch die Audio besser nein er hat einen hässlichen Drachen da könnten wir aber Donner einsetzen wenn wir Donner irgendwann voll haben das ist schön wir haben Donner voll er nicht oh alles verkackt also wenn er nicht schildet dann müsste es sehr effektiv sein wenn er schildet dann naja schildet natürlich aber ist nicht schlimm ich habe eh keinen äh keinen Plan dahinter das heißt ich müsste den nächsten Donner nochmal er hat auch Donner ich müsste den nächsten Donner nochmal voll haben bevor er seinen voll hat obwohl er mehr Schaden macht als ich komm er ist auch Flug wir nehmen jetzt mal Gestein guck mal was das macht er denkt ja jetzt ich greife eh nochmal mit Donner an dieser Hund und er schildet wieder der schildende Hund wer kennt ihn nicht was? ja kein Schild mehr jetzt hätte ich nochmal machen können aber ne ich wäre ab ich verlasse mich drauf dass meine anderen zwei das machen und setze schnell noch meine Ladertagge ein bevor ich tot bin weil vielleicht bringe ich seinen trotzdem um denn er hätte mich gleich in der Tasche und beide keine Schilder mehr weil beide dumm sind und beide schilden so er ist also weg ich kann schon mal hier ein bisschen was vormachen ein Fisch jetzt mache ich den gegen Fisch ich habe vergessen was ich hier für eine Attacke habe ich nehme einfach mal den so mit Eis auf den Fisch der Fisch der hat bestimmt auch nur Wasser der tut mir also nichts dann kann ich mal einen Eisstrahl drauf dann frieren wir den ein damit er nicht schlecht wird gegnerische Attacke okay versuch's doch jetzt haut er mich um Aquawelle nicht sehr effektiv sehr schön wir kommen aber mit Eis alle Lebewesen haben Angst vor Eis guck nein nicht sehr effektiv das ist ja Dreck und er ist auch noch effektiver als ich oder also er macht mehr Schaden als ich aber wir können unseren Move eher einsetzen was auch Quatsch war hätten wir uns den lieber aufgehoben und hätten das nächste reingeholt und geguckt was das macht Mensch da hat man schon den ersten Kampf und es ist jetzt schon komplizierter als gedacht der macht trotzdem nicht viel Schaden ich glaube ich lade meinen auf und wechsel dann kurz mein äh Pokémon weil Ostern ist vorbei ihr wisst Bescheid so jetzt mal schnell wechseln auf den komischen hier und gucken was der so macht yeah der bringt den Fisch direkt um habt ihr das gesehen da hat der Fisch keine Chance wie der drauf geknallt hat was machen wir jetzt hier Wind wir verlassen uns auf Drachenpuls und machen keine Flugattacke das hätte auch in die Hose gehen können ah ist nicht so gut aber wir hauen weiter mit Drache drauf er hat uns gleich wir können aber noch einen Charge Move beim nächsten machen nehmen wir Wasser oder Eis Wasser komm wir nehmen Wasser genau weil das dürfte mehr Schaden machen als das Eis und das Ding ist ja vom Typ Eis also kriegt man da vielleicht mit Wasser ein bisschen okay wir haben ihn er ist tot ach du siehst das ja eh von da hinten ich hab diesmal nämlich den großen Bildschirm eingestellt Pupsi du kannst stolz sein auf mich wir haben einen Kampf gewonnen also eigentlich haben wir zwei Kämpfe gewonnen aber trotzdem insgesamt haben wir hier ne ordentlich so nehmen wir das gleiche Team wieder ist ja sehr erfolgreich bis jetzt iiih alles aufs T-Shirt ist trotzdem komisch dass es erst keinen Gegner gefunden hat dass es wieder irgendwelche Fehler angezeigt hat Fuzznap ich bin jetzt schon theoretisch Rang 2 aber krieg immer noch Gegner von Rang 1 viermal das ist sehr schön Granbull nicht sehr effektiv ja wir können ja trotzdem was aufladen und dann wechseln wir nehmen mal den hier verdammt das ist sehr effektiv gegen er ist sehr effektiv gegen uns das war also das war ein Fehler obwohl es ist nur blau es ist nicht rot wir machen mal weiter wir hauen trotzdem was rein wir machen mal hier himmelsfeger vielleicht können wir ja ein Schild rausloggen wenn nicht machen wir trotzdem ein bisschen Schaden und Flug finde ich am schlimmsten dass man da alle Dinger trifft das ist richtig abfuck jedes Mal hier wir sind tot sehr schön das war unser Ziel also nehmen wir wieder die Maus gucken was die Maus schönes macht hat er geschildert wir schilden auch mal hä ich hab nur noch eins ich hab schon mal geschildert was Nahkampf abgewehrt war auch blau hätte man ruhig durchgehen lassen können er hat noch eins schild ich hab keins mehr wir haben aber Eis Eis gegen Stahl ist auch nix aber er weiß ja eh nicht mit was wir angreifen vielleicht lässt er es ja durch und wir machen ein bisschen Schaden ne er schildert ok kann auch ruhig machen so komm ich da jetzt weit oder was wenn ich das Dioxys nehm ich glaub's auch nicht vielleicht überlebt man das aber Kreuzschere ha das macht ja gar nichts komm ich geb dir nochmal Eis oben drauf aber nur weil es so viel Spaß macht so einfach fabelhaftes Eis nicht so effektiv hat trotzdem gut Schaden gemacht wenn er nochmal angreift dürfte man das theoretisch überleben und vielleicht können wir ja den nächsten Charge Move mitnehmen vielleicht schaffen wir auch noch beide hier guck mal das das zieht so wenig ab ich kann jetzt eigentlich meinen Move voll machen ihn mit dem äh Quick Move besiegen den Charge Move mit zum nächsten Gegner nehmen da können wir sogar jetzt mit Wasser angreifen obwohl wenn der ne wir machen mit Wasser egal jetzt das ist ein Hund ihr wisst wie nasser Hund riecht also zack ein Move weg ist er nimmt mich Schilling Minus ne Ramses Minus meine ich Ramses Plus alter gewinne drei Kämpfe super aber wir haben ja effektiv nur zwei gewonnen aber egal weiter die Belohnungen holen wir erst am Schluss ab wir nehmen das nächste Team wir gehen nochmal rein und aber auf Rang 1 ja das ist halt noch leicht bei meinem Großen hänge ich permanent bei Rang 8 und drehe mich auf der Stelle ich gewinne mal drei dann verliere ich drei dann gewinne ich mal drei dann verliere ich mal drei und so ich komme einfach nicht weiter hier Drache Drache Eis muss wechseln aber wir gucken erstmal was wir schadensmäßig machen vielleicht lad mal einmal einen Move auf ich weiß nicht was er hat ich lasse es mal durch ich habe ja noch viel Energie dann hole ich mir das äh ja das ist okay dann hole ich mir den Blubber obwohl wir können hier eigentlich auch ein Schild rauslocken weil eigentlich müsste beides effektiv gegen ihn sein weil Stein gegen Flug das andere auch gegen Flug na gut jetzt können wir eigentlich auch jetzt lassen wir den einfach drin ich wollte eigentlich das Azumarill nehmen und wollte mit Eis gegen den Drachen aber wir nehmen mal das mit und gucken mal wie es weiter geht ja das war das war nicht schlau was mache ich jetzt soll ich weiter draufhauen oder doch schnell das Azumarill rein oder eine Attacke machen oder aber jetzt noch ein Move eigentlich lohnt sich es nicht der lässt den jetzt eh durchgehen der schildert doch jetzt nicht wenn er gleich tot ist und ich hätte das aufheben sollen er schildert er schildert er schält sich oh mein Gott aber er ist tot beide noch ein Schild ich habe noch mehr Pokémon was ist das keine Ahnung erstmal Stein Hagel drauf es gibt ja Leute die gucken hoch zum Himmel die sehen ach Mond und werfen einfach einen Stein in die Luft in der Hoffnung den Mond zu treffen und dann kommt der Stein zurück und dann haben sie eine Beule am Kopf so muss es sein der Mond macht aber reichlich Schaden bei mir aber egal wir machen schon wieder Stein Hagel vielleicht farmt er auch seine Attacke der farmt uns habe ich mal aufgeschnappt solche Begriffe er wehrt ab er hat nichts mehr aber beim nächsten kann er ordentlich einen drauf geben deswegen was nimmt man gegen Mond was ist denn der Psycho nehmen wir Flug nehmen wir Eis ich nehme mal hier Drachenpuls also naja habe ich jetzt auf nicht nicht Schilden gedrückt weil man immer weil man so im Element ist sehr effektiv ok der hat reingehauen schnell aber der Mond ist tot der Mond ist tot es gibt kein Leben auf dem Mond alles blass und alles grau ne irgendwie anders wer das kennt von Deichkind der weiß Bescheid jetzt haben wir nochmal diese räudige Ameise und ich habe schon wieder vergessen mit was ich die vorhin besiegt habe es wäre auf jeden Fall effektiver ne wenn ich also Eis hätte ich schon längst machen können aber wir gehen mal aufs Wasser oder können Ameisen schwimmen ha 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 eigentlich nimmt man eine Lupe und verbrennt sie aber zack nächster Sieg schön wäre es wenn es mein Account wäre und ich ja übelst was abreißen könnte aber nächster Kampf Superliga zack Dioxys ich weiß auch nicht wie viel wir machen eigentlich wollte ich warten bis ich ihr ein Shiny Meryl gegönnt habt wenn wir jetzt aber fünf gemacht haben und keins haben mache ich dann noch weiter höre ich dann auf wenn das Video zwei Stunden geht guckt sich das ja eh keiner an deswegen wir können ja einfach fünf machen und dann irgendwann aufklären ob wir eins bekommen haben damit wir ein bisschen NEIN dreckige Ameise geh weg die pisst mich voll die ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen mich aber komischerweise kann ich meinen Move zuerst machen und teile bei ihr auch gut Schaden aus ihr seht Ramses der ist jetzt nicht so der Theoretiker Ramses ist der Burrows der klopft einfach drauf wir schilden auch einmal was hab ich hier noch wie das Azumarill reinholen oder was so wir haben hier voll wir nehmen mal das Azumarill rein obwohl das Azumarill war glaube ich Quatsch ich hätte das ne es sieht eigentlich gut aus ich hätte trotzdem aber das Altaria reinholen wollen ich hab mich nur verdrückt keine Sorge so bei dir verschwendet man nix du bist tot Eis gegen Abra da hab ich keine Ahnung aber er schildet bestimmt weil sein Abra ist ja ein Shiny und sieht gut aus da muss man ja schilden dieser dreckige macht aber trotzdem gut Schaden ich glaube jetzt hau ich einfach Eis nein wir haben noch ein Schild komm sein Abra mach mal weg das ist rosa das hat keine Existenzberechtigung so schaffen wir das so da brauche ich glaube ich ich hab sie beide mitgenommen ey ich bin so ein schmieriger Dude und jetzt hier den Vogel den Vereismar alles klar ihr wisst Lebewesen immer vereisen aber Ramses jedes Pokémon ist ein Lebewesen da müsste ja immer eiseffektiv sein Quatsch zählenisch hier sehr effektiv als hätte ich es gewusst Alter wie viel hat er denn noch die Drecksameise tot ah jetzt tut mir der Busen weh vielleicht hätte ich doch nicht draufschlagen sollen das müsste der vierte gewesen sein oder also einer geht noch glaube ich dann kann ich das Video ja beenden und sagen ich bin der Beste auf Rang 1 Rang 1 Beste einfach nur bin ich denn das Video nennt mich Ramses Plus und alle so was will der was ist mit ihm los Plus Plus gibt es nicht mehr da ist jetzt Kick drin Bruder oh hier da brauche ich jetzt aber Wasser wir können ja trotzdem mal gucken was die so gegeneinander für Moves machen der schleudert mit seinem Ärmchen rum alles klar aber wir holen Wasser rein sehr effektiv na dude was hast du vor ich bin ein kleines süßes Häschen Flammenwurf nicht effektiv tief er wechselt aus Libeldra aber wir haben natürlich Eis am Start wie bei McDonalds in der Cola jetzt habe ich es verpasst aber er schildert ja eh dieser Wurm gegnerische Attacke ob man das auch überleben ich weiß nicht was er hat aber ich will trotzdem Eis gegen ihn machen deswegen nehme ich nochmal ne es wäre nur blau gewesen hätte ich wahrscheinlich so mitgenommen na dann lasse ich es halt jetzt durchgehen jetzt sterbe ich bestimmt Drachenklaue zack komm Eis Eis Baby Eis Eis Adi was macht der Adi eigentlich liegt der noch da hinten wieder pennen es ist viel zu laut zum pennen jetzt soll mal aufhören hier mit seinen Moves wenn ich jetzt noch einmal komm den kassiere ich noch den werde ich noch überleben und dann komme ich mit Eis und dann liegt er in der Ecke da hilft auch der Pullover seiner Trainerin nicht mehr zack 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 komm den überlebe ich auch noch ne bin ja blau merke eh nichts mehr so zack 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 Drachenklaue zack 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 Eis wenn ich das halt endlich mal einsetzen würde wehe Pupsi guckt sich die ganze Folge nicht an wie ich ihr wie ich sie hier durchgebracht habe ne das wäre mies dreckiger Eisvogel jetzt hätte ich fast noch mal Eis gegen den Eisvogel gemacht was nehmen wir denn jetzt wir nehmen mal Drachenklaue obwohl wir hätten fliegen gegen den anderen machen können außerdem ist er sehr effektiv also war das nicht sehr schlau wir schilden trotzdem mal einfach so aus Spaß einfach mal schilden na 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 und es ist auch noch sehr effektiv gegen uns was machst du Ramses mach was Himmelsfeger der kann uns ruhig kaputt machen denn jetzt kommen wir mit dem Big Bossman der uns einfach kaputt macht ich hätte Donner nehmen sollen hätte ich die fliegende Wurst gegrillt nichts kaputt machen zum Glück schaffen wir das so ja und jetzt können wir den Rest auf den letzten drauf knallen und dann liegt er in der Ecke und dann war es das wir machen hier Steinhagel einfach Fabelhoff boom sehr effektiv das war es wieder mal ich seht Ramses Plus in Action Ramses ist der Minusmensch aka Ramses Plus das muss man sich mal jetzt kriegt es ja gleich eine Silbermedaille wenn man nochmal 5 machen würde wollen wir nochmal 5 machen? ich weiß es nicht erstmal müssen wir Meryl fangen gucken wir mal hier rein nichts soll ich hier die oben drin lassen? muss ich die abholen? oh jetzt bin ich ganz raus wie sieht das denn aus? was ist das denn? ja dann fangen wir sie halt kurz die Marils 248 wir können ja mal gucken was die höchsten WP hat übrigens Sonntag 12 Uhr Mittag wenn wir Bratmaxe grillen noch ein Elefant zu und schon reimt sich's nicht mehr Kampfliga schmeckt ob groß oder klein weil sie alle shiny wollen steigen alle mit ein unser Meryl muss shiny von der Jantik sein jetzt eben hatte ich 48 ja passiert doch nicht vor allem schön immer Flugmodus drin ja nicht dass hier irgendwelche Leute anrufen so wie nachts gestern beim Film gucken die rufen immer an seitdem die meine Nummer haben rufen die an ich frage mich wozu ich ein Handy habe wenn die immer anrufen man alter das gibt's doch nicht komm nichts aber über 48 nee 40 es wird immer schlechter von 48 auf 42 auf 40 demnächst kommt 2 BÄM wunderbar so muss es aussehen so muss es aussehen was lädst du runter messenger 56 56 das ist das beste bisher da fliegt gleich der Ball weg voll lauter Freude großartig rpg rpg ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich noch weiter kämpfen soll oder ob man das jetzt lassen wird das Video dass das Video nicht zu lange ist und ich einfach nebenbei noch ein bisschen kämpfe wir können die Rangbelohnung auf jeden Fall noch abholen also das Team funktioniert erst mal theoretisch mit dem Team müsste sie es auch schaffen 2 5 dann häng halt wieder Bruder was machst du denn so jetzt müsste es aber da stehen für 1 für 3 ne ihr kriegt nur 2 mal Merrill war das nicht beim letzten Mal bei 1 3 und 5 und hier unten so aber Pupsi hat gesagt ich darf bis zu 5 Pässe von ihr rausschmeißen das heißt wir hauen einfach nochmal 3 hinterher komm wir sind gerade so gut dabei wir machen nochmal 5 und wenn wir verlieren hör mal auf ist der Pass dann auch egal nein wir machen nochmal 5 wir können 20 Kampfsets glaube ich spielen ist ja den ganzen Tag wusste ich nicht ich dachte das fängt von 11 Uhr an geht 3 Stunden dann dachte ich wie war es denn beim letzten Mal dann konnte ich mich an nichts mehr erinnern dann habe ich gedacht okay vielleicht geht es ja von 11 bis 20 Uhr aber um 2 Uhr nachts haben die ersten schon gesagt Shiny aus der Go Battle League also weiter geht es jetzt habe ich den Namen was Tak Tak Mushyoko der hier wieder ankommt mit Drache jetzt hauen wir uns wieder beide irgendwelche Lümmel um die Ohren ich kann ja hier das voll machen und hier wieder auf Eis wechseln freut er sich bestimmt er macht gegnerische Attacke wir lassen durch und hoffen dass wir es überleben bitte nicht vielleicht wechselt er auch gleich Wutanfall nicht sehr effektiv sieht sehr gut aus nicht wechseln was machst du denn was willst du mit der blöden Spinne jetzt ist sie auch noch effektiv gegen uns ich habe mit der Spinne noch nie was gemacht das Problem ist wer zuerst wechselt hat verloren ihr denkt immer ihr wechselt auf was Gutes dann weiß der was ihr hat und kann den perfekten Konder dagegen zünden ja es wird mir nicht viel bringen ich kann einmal schilden in der Hoffnung dass ein Charge Move noch voll ist bevor ich tot bin dass ich vielleicht noch ein Schild rauslocken kann aber ansonsten bringt mir das Schilden gerade eigentlich nichts jetzt hat er aber wenigstens seine zwei Schilde weg und ich bin tot was haben wir denn Stein wir können jetzt ja schon mal überlegen die Zeit ablaufen lassen wir haben Stein und wir haben ne ich habe sogar noch ein bisschen Energie ich würde sagen wir holen ihn rein und hauen gleich drauf mit Stein Hagel warum auch immer mit Stein Hagel aber der ist auf jeden Fall voll und er kann nicht mehr schilden vielleicht ist er ja tot und ich schaffe es nochmal aufzuladen bevor der nächste kommt war auch sogar sehr effektiv und ein Schild habe ich auch noch oh nein nicht die Fette und was greift denn die Dicke an ich weiß es nicht aber er kann nicht mehr schilden das heißt wir machen ein paar Stein Hagel und gucken mal ob es ein bisschen was abzieht sieht schlecht aus er wechselt schon wieder jetzt holt er die Krücke wieder rein wir machen nochmal Stein Hagel weil es fliegt ja da müsste das doch eigentlich auch effektiv sein ich weiß nicht wieso er jetzt gewechselt hat er stand doch gut da es hätte doch ewig gedauert bis ich mal irgendwie was machen kann komm 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 fall um nein das heißt ich schilde ich verlasse mich drauf dass er umfällt dass mein Huf voll wird dass ich schnell wechsel dass ich auf Saitera gehe und dass ich die volle Attacke dann mitnehme fürs andere ich glaube mein Move ist voll ne wir hauen nochmal kurz ich wechsel jetzt schon also ich mache jetzt schon meinen Move einfach so und dann wechsle ich trotzdem fix obwohl ist das Wechseln schlau eigentlich nicht ich wechsle nicht ich lasse ihn drin er fällt gleich um aber vielleicht kann ich trotzdem nochmal kurz draufhauen aber er hat bisher noch keinen Move gemacht das heißt er hat seine Energie bestimmt vollgeladen nimm die gerade mit bringt mich hoffentlich nicht mit einmal um auf damit du bist ein Liebes-Haitera ja ich liebe dich ich bring dich um komm her himmelsfeger flieg und sieg einfach ver- oh das erste Mal dass ich einfach fabelhaft getroffen habe und ich hab's aus der Hose gepustet guck dir das an we will we will we will brauchen wir nicht außerdem wir machen eh die 5 weil wir wollen ja ihre ähm Medaille noch voll machen hier ne so ist das nämlich das ist jeder der jetzt guckt und denkt hey cool wie der hier alle wegfegt aber auf Rang 2 ist das eigentlich keine Meisterleistung wenn ihr die Tier 1 Liste bei euch in äh gezüchtet habt dann ist das eigentlich das geht von alleine sag ich mal und ihr müsst natürlich auch Glück haben mit den Gegnern mit denen ihren Attacken und hier Dioxys ich wüsste überhaupt nicht was nimmt man denn gegen Dioxys deswegen lass ich meinen Dioxys einfach drin sollen die sich halt gegenseitig zerstören mir egal juhu ich darf zuerst das heißt ich bin jetzt immer im Vorteil warum auch immer vielleicht hat er andere Attacken seine brauchen länger ich hab's verkackt und er schildet nicht das heißt ich hätte schön Schaden machen können hab ich nicht wir lassen es mal durchgehen Stein Hagel Stein Hagel da der hat der hat sogar mehr Schaden gemacht als ich weil er hat bestimmt einfach fabelhaft gemacht und ich nicht ich bin schon gelb nein da kommt es wirklich ich auf alles an den lassen wir nochmal durch und wenn wir den nächsten Stein Hagel durchbringen bevor er sein durchbringt dann ist er glaube ich tot wir sind rot dann ist alles gut aber ich glaube wenn es so weiter geht kriegen wir gar keinen Stein Hagel mehr durch hä jetzt setzt er einfach Melmetal ein was will der hat er den Schuss nicht gehört zack nicht sehr effektiv was machen wir denn gegen Melmetal das ist wieder effektiv ja weil ich Kondor hab schön bringt mir jetzt aber auch nichts mehr Drachenpuls Dings ach komm wir nehmen Altaria gucken ob das sinnvoll war ich glaub's nämlich nicht wir schilden mal weil ich nicht weiß was der hat der könnte aber auch mit Donner angreifen und ist dann effektiv er macht Kraftkoloss ist nicht effektiv er könnte Donner noch dabei haben sein Angriff sinkt doch jetzt hab ich aufs Schild gedrückt ich wollte doch gar nicht schilden schilden Kraftkoloss der scheint auch nur eine Attacke zu haben also sehr gut jetzt ist er auch tot bevor ich überhaupt hier was einsetze von meinen Moves er hat noch zwei Schilde vielleicht kann ich die zwei Schilde direkt nacheinander jetzt rauslocken gegnerische Attacke den überlebe ich hoffentlich obwohl wenn er Stein Hagel hat hat er ja und ich fliege na egal ich mach einfach mal hier Drachenpuls jetzt ich hab gar nicht gesehen was er hat aber ich muss jetzt hier alles rausbuttern er hat immer noch seine blöden Schilde seine zwei Stück er ist nicht sehr effektiv komm 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 himmelsfeger mach was lock sein Schild raus er muss ja schilden er hat ja nur noch das oder nicht ich weiß es nicht ich hab nicht aufgepasst ich kämpfe hier nur so nebenbei das knallt auf jeden Fall rein seien es aber auch er farmt auch an mir rum die Sau aber er macht seinen Move er macht seinen Move weil sonst hätte ich meinen gemacht ich bin tot aber hä ich bin nicht tot ich lebe noch ich bin eigentlich tot aber ich kam aus dem Jenseits zurück um nochmal meinen Move zu machen und ihn umzubringen was will er tun die Oxys und was willst du tun was ist jetzt ich glaube er ist tot ich weiß es nicht ja sie springt in die Luft und boxt einen Vogel weg der vorbeigeflogen ist das heißt sie hat gewonnen sehr schön das heißt nächster Kampf wir haben immer noch alles gewonnen weil wir so heftig der Bosch sind das ist die Kraft des Elephant merkt euch das bevor ihr pennt gönnt euch noch ne Dose Nei dann wird der nächsten Tag auch euer sei was oder so ähnlich ich hab extra bei mir eingestellt dass das Video nicht explizit für Kinder ist weil sonst könnte ich ja kein Bier trinken am Sonntag zum Mittag komm such einen Gegner ey box alle weg ich sage dir wenn die Angst haben dann boxe ich die trotzdem TR Jazzy 96 mit nem Celeby Shirt tja da weiß ich ja schon was er nimmt ne ich glaub oder oder wenn es frisch aus der Forschung kommt oh jetzt Garados nicht so effektiv aber wenn ich jetzt wechsle bin ich ja wieder am Arsch deswegen ich darf nicht wechseln ich muss mit dem ersten immer so lange rumwühlen und gucken dass ich meine Moves eher durchkriege als er damit er seine Schilde verbraucht oder damit er Schaden kriegt und der Rest ist eigentlich egal sonst hätte ich jetzt Eis genommen oder Drache ich hätte eigentlich wäre es egal wenn ich mit Azuril Azumaril draufgehauen hätte wäre es glaube ich ganz Chilli gewesen wenn ich mit Altaria draufgehauen hätte wäre es auch Chilli gewesen aber irgendwie wäre alles besser als Dioxis aber Dioxis ist halt ja hat seine Attacken schneller da hier ist rot ne jetzt wechselt er und er wechselt auf Kampf wir machen einfach nochmal Stein weil wir sind sehr kreativ in unserer Move Auswahl auf jeden Fall deswegen immer Stein Marmorstein und Eisen zack nicht sehr effektiv aber ist trotzdem fast tot er macht seine Attacke wollen wir die mal durchgehen lassen was haben wir denn noch dann wenn er mit ich nehme mal den blöden Vogel dann ne vielleicht kann der Vogel ihm ja zeigen wo es lang geht das hat auf jeden Fall geklappt er hat auch keine Schilde mehr jetzt haben wir hier Drache gegen seinen Garados was gut ist wir machen mal Flug gegen Dings einfach nur um Schaden zu machen weil ich Angst habe wenn ich auf die andere Attacke warte dass er es seine macht also nehme mal eine schwächere Attacke die trotzdem ausreicht und habe noch ein Labras und das Labras ist natürlich effektiv gegen uns es ist ja auch ein Shiny ihr wisst Bescheid wir machen aber kurz hier den Move weg wir haben noch ein Schild den Schild würde ich mir aber für das letzte Pokémon aufheben ich mache also mit dem nur ein bisschen Schaden bis ich tot bin damit wir jetzt nochmal schilden können wenn er angreift und ansonsten versuchen ihn wegzumachen ich darf nur nicht unten auf jetzt nicht drücken sonst war es das nämlich wir drücken also oben Eisstrahl trifft mich nicht so also hätte mich nicht so getroffen ich mache trotzdem kaum Schaden er macht schon wieder bitte mach nochmal Eisstrahl hab mich lieb dann komme ich mit Eis und zeige dir mal wie das aussieht eigentlich ist es richtig dumm Eis mit Eis zu bekämpfen aber es geht ja hier um nichts also nicht mehr das müsste eigentlich sicher in der Tasche sein zack das bisschen nicht sehr effektive Eis hat gereicht und das Labras ist auch weg können also das nächste machen Mensch Pupsi hast du noch mehr Accounts also es macht richtig Spaß da würde ich gerne noch 10 andere machen sobald man hier ein Team zusammenstellen kann wunderbar 2 Kämpfe noch dann haben wir 10 gemacht dann haben wir nochmal 5 mal die Chance auf Merrill gehabt sie hat eine Silbermedaille bekommen dann reicht es aber wirklich wenn ich dann keins habe dann mache ich nur noch die normalen Pässe und gucke halt ob ich nebenbei was kriege und wenn wenn heute nichts kommt dann tausche ich hier halt einfach eins rüber so ist die einfachste Methode kostet 40.000 kann man mal machen ja Ripper in der Haus Stiege 2 auch mit Celebi Shirt und mit Labras aber Labras habe ich jetzt wieder nichts besonderes außer das Dioxys weil das ja mit Kampf kämpft ja wir lassen es mal durch der ist bestimmt lieb und hat auch Eisstrahl Nerdsurfer hat schon mehr gemacht ich mache trotzdem mal hier vielleicht schildet es ja wir haben Stein Stein dürfte glaube ich trotzdem auch effektiv sein oder sehr effektiv sogar ja vielleicht schafft es der Kondor jetzt seinen Labras schon down fertig wir haben es aber nicht mehr so viel aber wir könnten jetzt hier mit Donner Blitz damit rechnet er nämlich nicht was eigentlich schwachsinnig schwachsinnig ist weil er ist ja Boden warum greifen wir mit Donner Boden an also das ist Quatsch aber er schildet ja weil er ist auch Quatsch aber Wasser mit Boden das müsste doch gehen wir nehmen mal hier den Kollegen gegnerische Attacke lass mal durchgehen obwohl ich habe ja noch zwei Schilde also ich könnte noch gut gut was abhalten Knochenkeule nix das ist das ist Quatsch sehr effektiv das sieht gut aus der wechselt bestimmt ja er wechselt auf X-Bad das ist Flug wir nehmen Eis warum auch immer jetzt hätte man Donner gebraucht aber ihr wisst Eis ist auch gegen Fledermäuse effektiv ne wahrscheinlich nicht aber egal wir nehmen trotzdem ihn ich glaube wir machen ihn jetzt einfach wir schilden den mal ich wollte sagen wir machen jetzt den Move voll und wechseln nochmal auf das andere weil wir das ja brauchen für das äh für das Dragosso aber wir können uns angucken was er hier mit ihm macht der haut nämlich glaube ich besser rein und er könnte auch das letzte Schild noch verbrauchen wir nehmen mal das letzte Schild weil er hat ja Spukball das haut rein und wenn wir unseren letzten holen können wir auf jeden Fall unseren Move machen und schaffen es mit ihm hier bestimmt die Fledermaus zu besiegen jetzt habe ich wieder hier Flugzeug das finde ich wieder komisch da komme ich wieder nicht auf einfach fabelhaft die Flugmaus ist auf jeden Fall fort der Schädelboy ist wieder back im Biss macht seine Attacke die geht durch das ist auch gut so dann kann er sie nämlich nicht direkt nochmal machen hoffe ich obwohl die macht nicht mal Schaden komm da warten wir extra jetzt auf Drachenpuls und hauen ihm Drachenpuls drauf damit wir mal ein bisschen Abwechslung haben Abwechslung in the building so fertig wir mussten unseren Move gar nicht mehr machen obwohl wir den schon aufgeladen haben und ein Match steht noch aus wenn wir das auch schaffen können wir nochmal 5 Meryl Streeps abholen und dann geht es richtig ab hier nächster Kampf Superliga zack die Oxys also wenn ihr Superliga neu anfangt guckt euch das an nehmt die Tier 1 Liste bastelt euch da was zusammen dann investiert halt mal ein paar Sonderbonbons oder so Bonbons Ehi der heißt er der Gude mit Mewtwo Anzug als Frau und roter Brille das müssen wir noch schaffen dann haben wir es alles geschafft dann sind wir Big Boss Man er hat schon wieder Psycho am Start ist nicht effektiv ich bin nicht effektiv er nimmt Unlicht ich bin effektiv verstehe ich nicht warum wechselt er wenn wenn ich jetzt besser dastehe als er aber was soll er ruhig machen vielleicht habe ich mich mit ihm abgesprochen ist bestimmt ein Fan hm wir lassen es mal durch wir haben noch viel Energie obwohl er natürlich mit Unlicht angreift mal gucken vielleicht die Hälfte ist weg also beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall schilden aber wir sind ja immer noch sehr effektiv gegen ihn wir nehmen auch nochmal Stein Hagel um das zweite Schild vielleicht rauszulocken und wenn nicht um trotzdem Schaden zu machen Maromai kann ja auch Stein Hagel ihr seht das das hat im Prinzip gar nicht wirklich was abgezogen also da verlassen wir uns lieber auf den äh auf den Quick Move füllen einfach auf würden vielleicht sogar den zweiten hier noch nehmen den zweiten Charge Move äh das zweite Schild hier nehmen meine ich obwohl der der lädt das relativ schnell auf im Endeffekt bin ich jetzt tot hab die umsonst aufgeladen und er kommt dann weiter ne er wechselt schon wieder was macht der denn dann nehmen wir jetzt aber Stein Hagel er hat doch keine Schilde mehr oder ne doch glaube ich eins hat er aber Stein müsste jetzt auf jeden Fall gegen das Feuer auch wieder gut sein naja währt ab nichts hält mich am Boden und ich bin tot das hat er ja schön gemacht na dann können wir jetzt aber Wasser nehmen und er kann nicht nochmal wechseln er hat ja gerade eben erst gewechselt und er ist bestimmt tot bevor er einen Move macht ne er macht einen Move aber was will er großartig machen ich glaub äh Flamara kann eh nur Feuer attacken Feuersturm dürfte nichts machen wir laden weiter auf und bringen ihn um nehmen das Eis auf jeden Fall mit und das Wasser auch so und wieder das Hässliche ist auch tot sehr schön das hat sich gar nicht gelohnt und nochmal Hydro Pumpe hier auf Simsalat weil Hydro Pumpe einfach stärker ist ich glaub Eis oder Wasser dürfte sich bei dem nicht viel geben boah einmal reingeknallt da liegt er in der Ecke das ist genial so macht das Spaß aber wenn ihr auf Rang 8 seid macht's einfach keinen Spaß mehr weil dann habt ihr keinen Fortschritt mehr dann tut sich nichts jetzt hier die 50 erreicht so wir können die Belohnungen abholen wieder kein Shiny 257 ich glaub das andere hat 258 egal wir bewerten es trotzdem mal wenn wir es gefangen haben und gucken wie viel das hat yo Mery naja das andere hatte 14 14 14 sah eigentlich besser aus so komm mal her gib mal das zweite nichts 262 also wenn das andere schon 14 14 14 hatte dann müsste das jetzt mindestens ein 96er sein vielleicht mit 15 14 14 vielleicht sogar ein 98er das ist jetzt sehr niedrig da könnt 4 Punkte schon alles ausmachen und es ist ein 96er 15 15 13 da brauche ich jetzt kein da mache ich jetzt kein Sternchen dran im Endeffekt verschickt sie es sowieso weil sie sagt so viele Mäuse alle weg kann ich ja sagen dass das eine ganz gut war das kann sie ja dann aufheben gib mir meinen Ball zwei Versuche haben wir noch zwei Stück so zwei komm das braucht man nicht bewerten das ist nicht so gut wir werden es trotzdem 15 13 13 ich merke auch dass ich jetzt aufs Klo muss das heißt die Folge ist eh gleich aus aber ein Versuch bleibt noch übrig beim ersten Mal dachte ich die Shiny Rade war richtig krass beim ersten Merrill Tag aber jetzt ja beim ersten Mal hat es noch weh bestimmt bei dir also Merrill komm Merrill enttäusch mich nicht einen noch eigentlich hätte man jetzt Bonbons fahren können aber nein aber es ist nochmal besser das ist ein 98er komm mach ein 98er draus dann kann ich sagen hier hast du kein Shiny aber ein 98er was willst du tun und was will man mehr 98 98 ja das schreibt man mal ran obwohl es Quatsch ist weil sie hat ja jetzt schon ein gutes ne hier 98 fertig da wissen wir das ist das Beste leider keinen Schein die bekommen bis jetzt Glückwunsch gewinne 50 Trainerkämpfe in der Superliga das hat sie aber noch bekommen da freut sie sich vielleicht wir können noch die Rangbelohnung abholen da müssen wir jetzt Rang 3 sein Rangbelohnung zack Rang 3 das dürfte eigentlich immer noch kein Problem sein 6000 6000 Sternstaub noch dazu sie ist jetzt schon na gut theoretisch ist sie jetzt schon besser als hier mal 11 11 Siege längste Serie 11 also da wisst ihr schon was abgeht ich frag sie einfach mal ob ich nochmal einen grünen Pass einwerfen soll oder auch nicht das waren auf jeden Fall 10 Kämpfe in der Superliga am Merrill Kampftag bisher ohne Shiny Merrill und Ditchin da geht ein Raid auf 1333 an der Brücke der Technik also wenn du Bock hast auf den Spaziergang können wir gleich runter können dann den Raid noch machen an der Brücke der Technik an der X-Raid Arena wo es momentan eh keine X-Rades gibt da hinten geht ja gleich noch ein anderer auf das war es aber jetzt erstmal von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses und habt ihr heute einen Shiny Merrill bekommen ja und Ditchin halt nein aber habt ihr heute einen Shiny Merrill bekommen schreibt es mal rein oder was habt ihr überhaupt gekämpft super hyper oder Meisterliga es sind ja alle drei offen schreibt mal was rein was nettes in die Kommentare ich würde mich freuen wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses und euer Ditchin und das Elephant natürlich natürlich geil